Yoga Bandhasana, die gebundene Yoga-Stellung, vorgeführt von Raffaela bei Yoga Vidya Bad Meinberg. Lege dich auf den Rücken, falte deine Beine zu Padmasana, dann gib die Arme durch die Kniekehlen hindurch und fasse dann mit einer Hand um die gegenüberliegende Gesäßhälfte. Kreuze also die Unterarme und fasse so mit jeder Hand an die gegenüberliegende Gesäßhälfte. Schaue dabei an die Nasenspitze und atme tief ein und aus. Das ist Yoga Bandhasana, die gebundene Yoga-Stellung.